Moin meine Freunde meines Kanals und schön, dass ihr eine weitere Runde eingeschaltet habt am 10.12.2022, an diesem wunderschönen Samstag, verschneiten Samstag. Gerne mal kommentieren, wie es bei euch ist, ob bei euch schon der Schnee fliegt, bei uns ein wenig und damit begrüße ich euch sehr herzlich. Ich würde sagen, steigen wir ein in die Welt der Finanzen, Edelmetalle, ja, zum einen Gold, Silber und natürlich Geld und Aktien und so weiter, zum anderen. Sondern es wird einfach wunderbar, würde ich doch sagen, hier bei mir, bei Matze investiert und da nehme ich mir doch gleich mal ein Schlückchen Kaffee oder sagen wir mal, alles schmeckt besser aus der Matze-Tasse, ja. Vielleicht kennt der ein oder andere den Spruch, ich habe ihn ein bisschen verbessert. 1797,48 US-Dollar pro Fernumzug-Gehalt und ja, was soll ich euch erzählen, da hat sich nicht sehr viel getan. Vor Wochenendniveau 1797,93 US-Dollar, also brauchen wir nicht drüber reden, es ist sozusagen diese Woche gleich geblieben. Die spannenden Wochen oder Woche kommt ja erst sozusagen nächste Woche mit Hinblick auf die FED und dann werden wir da gucken, wie die FED sich letzten Endes entscheidet, ob es dann 0,50 oder 0,75, also sprich 0,50 oder 50 Basispunkte oder eben 75 Basispunkte sein werden. Das werden wir dann in der kommenden Zeit erleben, dementsprechend werden wir dann auch sehen, wie sich das Thema Gold- und Silberpreis weiter, wie das weiter vonstatten geht. So, also das erstmal zu dem Goldpreis, das sind dann 23,47 US-Dollar pro Fernumzug-Silber und ja, Silber ist momentan das bessere Edelmetall wie Gold. Das kann man durchaus so festhalten, auch wenn da so ein Damoklesschwert über den deutschen Markt schwebt, was jetzt Mehrwertsteuer betrifft, Differenzbesteuerung, alles schmeckt besser aus der Matze-Tasse. Ja, schwebt halt so vor sich hin, insofern man kann momentan Silber bei einigen Händlern noch günstiger erwerben, sollte man auch tun, sofern man die Möglichkeiten hat, da sich noch ein bisschen zu diversifizieren und dann eben das schöne Edelmetall-Silber in physischer Form natürlich, ne, Gold auch ins Portfolio zu holen, sofern man das will. Und ich sag's euch ganz ehrlich, alles was ihr physisch habt und das gilt auch für Bargeld, ja, Bargeld impliziert ja genau das, also Geld in physischer Form, sollte man wirklich auch haben, ja. Und weil es scheint so zu sein, dass Medien, ich würde jetzt nicht sagen vermehrt, aber vereinzelt plötzlich anfangen gegen Finanz-Youtuber zu hetzen, in Anführungsstrichen, wenn ich das mal so sagen darf. Ich will ja niemanden diskriminieren, deswegen werde ich euch die Seite zwar unten verlinken, aber nicht beim Namen nennen. Ich finde es schon sehr erstaunlich, dass plötzlich die Finanz-Youtuber die bösen Leute hier sind, ja, also man kann schon festhalten, dass immer noch in der Öffentlichkeit so dieses, diese, diese Aspekt oder diese, diese Meinung herrscht. Ja, alles was auch in den 18 Uhr Nachrichten läuft, ja, das muss ja das, muss ja die ultimative Wahrheit sein. Und alles was irgendein Finanz-Youtuber, egal ob er, so wie ich, 6.000, 7.000 Abonnenten oder andere 70.000 oder sogar 700.000 Abonnenten haben, ja, spielt keine Rolle, das sind alles Quacksalber, so, ja. Und dann muss ich mich schon ein wenig wehren, ja, weil das ist halt nur die halbe Wahrheit. Wie gesagt, gehen wir mal rein in den Artikel, ich werde ihn euch unten rein verlinken, aber vorher noch, alles schmeckt besser aus der Matze-Tasse, ja. Schön abonnieren. So, Alarm, wird jetzt unser Bargeld abgeschafft, EU-Abstammung, äh, Abstammung, klar, EU-Abstimmung, nur der Anfang, ja. Wer in Bar bezahlt, bleibt anonym, das nutzen Kriminelle für sich. Ja, das stimmt, na klar, nutzen das Kriminelle für sich, aber ich komme dann auch dazu, ähm, warum ich diesen Satz, ja, dieses Totschlag-Argument, das nutzen auch Kriminelle für sich, ja. Mittlerweile ein wenig, ja. Ah, die EU will dagegen mit einer Obergrenze für Bargeldzahlungen vorgehen, Kritiker fürchten eine schleichende Abschaffung, ja, also sprich von dem Bargeld. Es ist ein aufrege Thema, das verlässlich für Klicks sorgt, Bargeld und seine vermeintliche Abschaffung, ja, weil es wird überhaupt nichts reduziert oder ändert in unserer Geschichte der Finanzpolitik. Das ist ja einfach nur eine Wahrnehmung von 87, nee, pardon, 84 Millionen in Deutschland, also in Deutschland lebenden Menschen, die alle, ne, Hallos haben im Kopf. Alle 84 Millionen haben nur Hallos. Aber okay, ich will nicht so boshaft werden. Oder neuer Angriff auf unser Bargeld, liest und hört man zur Zeit wieder häufiger. Grund dafür, die EU-Mitgliedstaaten stimmen am 7. Dezember über die neue europäische Geldwäsche-Richtlinie ab. Das ist das Gesetzespaket gegen Schwarzgeld und organisiert die Kriminalität, zieht eine einheitliche Obergrenze von 10.000 Euro für Bargeldzahlungen vor. So, Punkt. Vielleicht mal da ein bisschen die Lanze brechen. Natürlich, es gibt diese Bargeld-Obergrenze von 10.000 Euro in anderen Bereichen schon etwas länger. Wenn ihr zum Beispiel jetzt in einem Flughafen tapst, ja, und ihr wollt mit einem Flughafen zum Beispiel 10.000 oder mehr wie 10.000 Euro, sprich, ja, über die Grenze mitnehmen, weil ihr in den Urlaub wollt und ihr habt vor, was muss ich da zu kaufen oder, weiß ich nicht, einen schönen Lifestyle zu leben, wie auch immer, ja. Alles, was über 10.000 Euro drüber geht, muss man anmelden. Das ist es auch schon gewesen, ja. Da gibt es dann sozusagen zwei Terminals, einen roten und einen grünen Terminal. Und wenn man durch den roten Terminal geht, dann heißt das, ja, ich habe was zum Anmelden, also wenn man jetzt kommt oder wegfliegt, und im grünen Terminal heißt das halt eben, ich habe nichts. So, wenn man aber alles vorher angemeldet hat, sprich, mehr Geld wie 10.000 Euro dabei hat oder 10.000 US-Dollar und tapst dann durch den grünen Terminal, dann ist das alles safe, ja. Also, wie gesagt, diese 10.000 Euro-Grenze gibt es in anderen Bereichen schon länger, ja. Also, das möchte ich nur mal gesagt haben. So, einheitlich deshalb, weil in mehreren EU-Ländern bereits Limits für Barzahlungen existieren. In Griechenland zum Beispiel können Bürger maximal 500 Euro in bar bezahlen. In Frankreich und Spanien liegt die Obergrenze bei 1.000 Euro, in Belgien und in den Niederlanden bei 3.000 Euro. Das betrifft zumeist Zahlungen zwischen Verbrauchern und Unternehmen. Zahlungen zwischen zwei Privatpersonen, etwa bei Autokäufen, sind von den Limits ausgenommen. Ebenso bedeutet ein Zahlungslimit keinesfalls eine Obergrenze für den Bargeldbesitz. Okay, das ist soweit korrekt. Vielleicht möchte ich das hier nochmal ein bisschen spezifischer aufschlüsseln. Das betrifft zumeist Zahlungen zwischen Verbrauchern und Unternehmen, ist klar, ja. Aber ich komme dann noch darauf, was das auch bedeutet im Umkehrschluss. Zahlungen zwischen zwei Privatpersonen, etwa bei Autokäufen, sind von den Limits ausgenommen. So, warum dann diese Bargeld, also diese, ja, diese Geldwäscherichtlinie, was hat die dann für einen Sinn? Ja, als ob, jetzt pass auf, als ob irgendein Verbrecher, ja, zu einer offiziellen Firma hingeht und sagt, hey komm hier, nimm mal 20.000 Euro im Bar, weil dann kriegt das keiner mit, weil dann bin ich anonym, ja. Nimm mal diese Vorstellung, Revue passieren lassen, ob ein Krimineller den Weg zu einer offiziellen Institution sucht, um dort Geld zu waschen. Das mal nur so als Fragestellung in den Raum geworfen. Also insofern, klar, klar kannst du das nicht überwachen, wenn zwei private Leute sich in den Hinterhof treffen und dann irgendwie was, irgendwelche Geschäfte machen, ja, also im zweiten oder im dritten Markt. Na klar kannst du das nicht überprüfen, also wie willst du das reglementieren, dass das nicht mit inbegriffen ist? Sagt die Logik, das braucht man da gar nicht mit reinschreiben, aber okay. Okay, so steht es geschrieben, nicht desto trotz sorgen die Pläne für, jetzt pass auf, und jetzt kommt der Hammer, nicht desto trotz sorgen die Pläne der EU bei einigen Menschen für ungehörigen Unmut in den Kommentarspalten unter YouTube-Videos, in denen scheinbare Experten, ja, scheinbare Experten, damit impliziert man, dass alle Finanz-Youtuber völlige Idioten sind, ich sag's so, wie ich's mir denke, ja. Und das finde ich eine Frechheit, das finde ich eine bodenlose Frechheit, das so auszuformulieren, dass man in Frage stellt, ob diese Menschen Experten sind. Weil was ist denn ein Experte, ja, wenn ich etwas Autotitakt lerne, dann gibt es Menschen, die Autotitakt sogar noch wesentlich besser sind, als wie Menschen, die das sogar studiert haben, ja. Also mal als ganz banales Beispiel, Savoir-Syndrom, ja, da gibt es Kinder und Menschen, die unter Savoir-Syndrom in Anführungsstrichen leiden, die rechnen dir ein vor, du kannst gar nicht so lange in die Schule gehen, um so ein Rechenniveau zu erlangen oder zu erreichen, ja. Also, was ist eine Expertin? Und hier hinzuschreiben, scheinbare Experten diskreditiert einfach mal in einem Satz mit einer Rhetorik die komplette Finanz-Youtube-Gesellschaft und das finde ich, wie gesagt, das finde ich schon ein starkes, starkes Stück. Also pass auf, in den Kommentarspalten unter YouTube-Videos, in denen scheinbare Experten die schleichende, schleichende, aber sichere Abschaffung unseres Bargeldes herausbrusaunen, ja, das ist auch so krass, wie das geschrieben wird, wird heiß diskutiert. Die EU hätte das Bargeld auf der Abschussliste, die Obergrenze sei nicht in Stein gemeißelt. Und zumindest letzteres ist korrekt, das endgültige Limit steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest, so. Und diesen Satz, den habe ich mir mit Absicht rausgepickt, weil gucken wir doch mal genau nach, was die anonymen Tafelgeschäfte zum Beispiel bei Edelmetalle betrifft, da geht es ja auch um Bargeldgeschäfte, das liest sich tatsächlicherweise wie ein extrem krasser Krimi, ja. So, fangen wir mal an. Juni 2017, Reduzierung der Obergrenze von 14.999,99 Euro auf 9.999,99 Euro. Aber wir erinnern uns, ja, das war im Juni 2017, aber es ging ja weiter, weil das war ja noch nicht genug, ja, was die ganze Geldwäsche-Reglementierung betrifft. Sommer 2018, also vom Juni 2017 zum Sommer 2018. EU verabschiedet die Richtlinie 218.843. Es ist ein Maßnahmenbündel zur Bekämpfung von Terrorismus und Geldwäsche, damit verbunden die Pflicht der Mitgliedstaaten, diese Richtlinie bis zum 10. Januar 2020 in nationale Gesetze umzusetzen. Quelle EU und so weiter, ich werde euch das alles unten rein verlinken, ja. Vom Sommer 2018 bis zum 20. Mai 2019, oha, wieder nur knapp ein Jahr, ja. Erste Gesetzesentwürfe. Beim Bundesfinanzministerium erarbeitet man einen ersten Gesetzesentwurf, Referentenentwurf in Klammern gesetzt. Augenfälligste Neuerungen, Reduzierung der Bargeld-Obergrenze auf 2.000 Euro. Dazu deutliche Verschärfung der Kontroll- und Sorgfaltspflichten für Händlerquelle, Bundesfinanzministerium.de, Referentenwurf, GWG und so weiter, ja. Die Vorlage des BMF wird im Juli als Regierungsentwurf im Wesentlichen übernommen, so. Das war am 20. Mai 2019. Am 3. September 2019, also im gleichen Jahr sogar noch, Bundesregierung antwortet auf kleine Anfrage. Die kleine Anfrage eingereicht von mehreren Abgeordneten sowie der FDP-Fraktion, also nicht hier immer AfD, wie wir alle meinen, sondern FDP-Fraktion, wie hoch werden nach Kenntnis der Bundesregierung die einmaligen Kosten sein, die im Zusammenhang mit den Sorgfalts- und Meldepflichten für die Edelmetallhändler anfallen? Antwort, die Bundesregierung geht von einem einmaligen Erfüllungsaufwand in Höhe von 163.500 Euro aus. So, das war am 3. September 2019. Am 20. September 2019, des gleichen Jahres, Bundesrat empfiehlt 1.000 Euro Obergrenze. In einer Stellungnahme, äh, sorry Leute, ich bin wieder zu aufgeregt, ich muss zu schnell lesen. In einer Stellungnahme empfiehlt der Bundesrat, nur 1.000 Euro als Obergrenze gesetzlich zu verankern. Quelle, bundesrat.de, Stellungnahme etc. und so weiter. So, am 9. Oktober 2019, eben auch wieder im gleichen Jahr, Bundesregierung folgt nicht Bundesrat-Empfehlungen. Die Bundesregierung nimmt die Empfehlung des Bundesrates, nur 1.000 Euro aus Obergrenze für anonyme Barzahlungen gesetzlich zu verankern. Zur Kenntnis will aber an der 2.000 Euro vorerst festhalten. Quellen, Pressemeldung, Bundesamt und so weiter und so fort. Am 14. November 2019, Bundestag beschließt das Gesetz. Dem Gesetzesentwurf zur Absenkung des Schwellenbetrags auf 2.000 Euro wurde mehrheitlich zugestimmt. Das Gesetz soll schon zum 1.1.2020 in Kraft treten, Bundesrat. Der Bundesrat muss noch zustimmen etc. und so weiter, gilt als Formsache. Am 29. November 2019, Bundesrat stimmt zu, Gesetz und 2.000 Euro Grenze kommt. Und Bundesrat stimmt dem Bundestag am 14. November 2019 verabschiedeten Gesetz zu. Damit ist das Gesetz und die 2.000 Euro Grenze so beschlossen. Es wird zum 1.1.2020 in Kraft treten. Der Bundesrat regt in seinem Beschluss Drucksache 598,19 vom 29.11.2019 unter G. aber erneut an, den Schwellenwert auf 1.000 Euro zu senken und weist auf die angeblich sehr hohe Geldwäscheanfälligkeit des Goldhandels hin. Jedenfalls soweit Goldprodukte in Barbie zahlt würden. Ja, also das war im Jahr 2019, am 29. November. Das heißt, das Thema ist noch lange nicht vom Tisch, liebe Freunde. So, 1. Januar 2020, neue Obergrenze von 1.999,99 Euro tritt in Kraft. Bei größeren Beträgen sind Händler verpflichtet, die Identität des Käufers festzustellen. So, das Ganze ist geschehen vom Jahr 2017, wo wir einen Freibetrag oder eine Menge oder einen zur Verfügung stehenden Betrag von 14.900, also sprich 15.000, sagen wir mal 15.000 Euro glatt, ja, gehabt haben. Vom Jahr 2017 bis zum Jahr 2020 wurde das auf 2.000 Euro verringert. Und dann sollen die Menschen herkommen und sagen, nein, da passiert nichts. Ja, und dann schreiben solche Medien, dass das einfach nur, ja, eine schleichende, aber sichere Abschaffung unseres Bargeldes herausposaunen. Ja, ohne sich die Mühe zu machen, das dezidiert mit Fakten zu untermauern. Ja, weil das ist ja Fakt, das habe ich mir nicht ausgedacht, das haben sich auch nicht andere Finanz-YouTuber ausgedacht, sondern das sind ja Dinge, die die Bundesregierung und die EU so umsetzen, liebe Freunde, ja. Und das ist so etwas, was man seit Monaten und seit Jahren, ja, und nicht seit Jahrzehnten vorantreibt. Und jetzt sind wir bei dem Aspekt, dass wir auch Bargeld in anderen Bereichen verbieten wollen, ja. Man kann sich darüber streiten, ja, braucht man denn 10.000 Euro mit Geldbeutel, ja. Ja, aber spinn doch das Spiel mal weiter, ja. Braucht man denn 100 Euro im Geldbeutel, weil es irgendwo eine Karte gibt, ja. Ich meine, was ich so krass und was ich so drastisch finde, ist, dass man Menschen unter Generalverdacht stellt, sie könnten, ja, sozusagen einer Organisation angehören und das als Geldwäsche benutzen, ja. Und deswegen verhängt man ein Damoklesschwert gewissermaßen, indem man dann sagt, wir brauchen diese 10.000 Euro Grenze für alle Menschen, die in Deutschland leben oder für alle Menschen, die sozusagen zu Europa gehören, ja. Und das ist dieser Generalverdacht, das ist diese, wie soll man das schon formulieren, diese schleichende Entnahme deiner eigenen persönlichen Freiheit, ja. Das ist doch die Wahrheit dahinter. Warum spricht keiner darüber, ja, dass man einfach alle Menschen in Europa durch solche Bargeld-Obergrenzen unter Generalverdacht stellt? Nein, du darfst es nicht. Ich muss dich bevormunden. Ich muss dich moralisch erziehen. Ist das nicht auch genau das, ja, dass man den Leuten damit suggeriert, das darfst du, weil das könnte daraus resultieren und deswegen verbiete ich es dir von vornherein. Also, ja, wisst ihr, liebe Freunde, so sprechen Eltern mit ihren Kindern, ja, das ist genau der Punkt. Für all jene, die ernsthaft Zweifel an den Intentionen des Gesetzgebers haben, lohnt der Blick in die entsprechende Stellungnahme der Europäischen Zentralbank, oh, das ist ja gleich, wie soll ich sagen, die EZB ist ja gleich die absolut perfekte Institution, die uns alle den Heilsbringer bringen wird, ja. Hier heißt es unter Punkt 4, Begrenzung von Bargezahlungen. Die EZB stellt fest, dass Artikel 59 des Verordnungsvorschlags weder zum Zweck noch zur Folge hat, die rechtliche Ausgestaltung des Status von Euro Banknoten als gesetzliches Zahlungsmittel zu determinieren, ja. Weiter stellt die EZB in diesem Zusammenhang explizit fest, dass Bargeld in der Gesellschaft nach wie vor eine wichtige Rolle spielt. Interessant, dass sie das feststellen muss, ja. Also, das ist ja auch wieder so eine Interpretationssache, warum muss sie denn das feststellen? Weswegen denn, ja. Und dass sie sich weiterhin dafür, weiterhin, ja, was so viel heißt wie nicht für immer, ja, einsetzt seine Existenz, seine weit verbreitete allgemeine Verfügbarkeit und Nutzbarkeit als Zahlungsmittel und Wertaufbewahrungsmittel, das sollte man ganz schnell unter Anführungs-, also unter Gänsefüßchen stellen, Wertaufbewahrungsmittel zu sichern. Etwägige Beschränkungen der Barzahlungen sollen laut EZB durch die zuständigen nationalen Behörden sorgfältig erläutert werden. Also, stellt man da schon Ausnahmeregelungen in Sicht, ja, um das Vertrauen der Öffentlichkeit und das Euro-Bargeld als gültiges, in Anführungsstrichen rechtmäßiges und verlässliches Zahlungsmittel zu wahren. Fakt ist, es geht um eine Bargeld-Obergrenze, ein Limit von maximal 10.000 Euro. Es geht nicht um ein Bargeld-Verbot. Da sollte man in Klammern hinschreiben, noch nicht. Das ist bedauerlich für all jene, die bisher ihre Autos, Schmuck und Antiquitäten oder Immobilien anonym und in Bar gekauft haben. Sie dürfen fortan nur noch maximal 10.000 Euro in der Hosentasche mit sich führen. Für den absoluten Großteil aller Bürger und Bürgerinnen erinnert die Obergrenze de facto im Moment nichts. Was ein Geld lieber in Aktien anlegt, ist bei unserem Experten, das lese ich jetzt nicht vor, weil das ist einfach Werbung und Werbung werde ich hier auf meinem Kanal für Leute, die ich nicht kenne, definitiv nicht machen und schon gleich gar nicht für Medien, die zum Ziel haben, Finanz-YouTuber zu diskreditieren, weil sie Befürchtungen, weil sie Vorgehensweisen von Regierungen aufzeigen, dann als vermeintliche Experten betiteln. Und sie sozusagen mit einem Wisch in so eine Schwurble-Ecke reindonnert. Da geht mir ohne Scheiß, auch wenn ich diese Art von Videos zwar nicht gemacht habe und ich im Wesentlichen genau weiß, gegen welche Art von YouTuber, Finanz-YouTuber das gerichtet ist. Auch dazu will ich jetzt keine Namen nennen, aber trotzdem geht mir das persönlich schon ausgegangenen Strich, weil man wischt einfach mal eine Ecke von medienschaffenden, ja, wie soll man das sagen, von kreativen Menschen einfach so weg, als wenn diese YouTube-Gesellschaft an sich keine Bedeutung hätte. Und der Punkt ist halt, guckt ihr mal an, was wirklich große YouTuber wirklich erreichen können. Ich meine, erinnert euch an das Rezo-Video zum Thema CDU. Hat man in den Medien schon wieder komplett vergessen. Ja, die Macht liegt schon lange nicht mehr bei den Medien. Und wisst ihr, das ist genau das, warum sie sowas machen, ja? Weil ihnen die Glaubwürdigkeit davonläuft. Weil Menschen in Deutschland und darüber hinaus endlich anfangen, ihr Hirn einzuschalten und zu hinterfragen, stimmt das, was die Medien da schreiben, ja? Und wenn Medien mittlerweile sich noch nicht einmal mehr die Mühe machen, Falschmeldungen, die sie selbst auch produzieren, ja, zu dementieren und einfach dann zwei, drei Wochen später was anderes zu schreiben, ja? Ja, das passiert nämlich ganz häufig, ja? Och, wir haben uns geirrt. Och, das war nicht so gemein. Och, das haben die Menschen zwei, drei Wochen eh schon wieder vergessen, ja? Leider, oh Gott, das ist es auch oft so, aber trotzdem, ja? Also das sind so Sachen. Und vor allen Dingen die EZB, ja? Die ja jetzt schon konstantiert hat, mehr oder weniger Vorstandsmitglieder beziehungsweise Mitglieder von der EZB jetzt schon konstantiert haben, ja, wir werden vielleicht maximal drei Prozent als Zinsanhebungszyklus in den Fokus nehmen, ja? Und ist es denn nicht lukrativer für Menschen, die wo, wie gesagt, einen nicht so anständigen Weg gehen, das auf anderen Wegen zu waschen? Was weiß ich, über Bitcoin oder über Crypto-Bergen oder diverse Wallets oder, oder, oder. Siehe FTX, FTX ist doch, ne? Die FTX-Börse ist doch das beste Beispiel dafür. Da spricht kein Mensch darüber, liebe Freunde, ja? Über die FTX-Börse oder mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile hat man das schon wieder Adapter gelegt. Mittlerweile hat man das schon wieder vergessen. Oder größtes Beispiel Wirecard. Wer erinnert sich an Wirecard? Da spricht auch kein Mensch mehr über Wirecard. Über Wirecard im aktuellen Fall. Darüber sollten wir doch mal sprechen, ja? Das wird dann so klein gekocht. Ja, dann muss ich das doch auch erwähnen, ja? Dass da auch gewissermaßen gewaschen wurde, ja? Ist sowas denn nicht wesentlich lukrativer? Und bei Wirecard, bin ich mir ziemlich sicher, hat sich das Betrügen für diejenigen, die daran beteiligt waren, mit Sicherheit, ja, gelohnt. Oder nächstes Beispiel Cum-Ex. Der Kanzler, der sich nicht daran erinnern kann und jetzt im Kanzleramt sitzt. Darüber reden wir auch nicht, ja? Über den Cum-Ex-Skandal zum Beispiel. Aber nein, die YouTubers sind ja alles vermeintliche Experten, die von nichts in der Ahnung haben. Liebe Freunde, letzten Endes bedeutet das, zeigt das, dass Gold, Silber und vor allen Dingen auch Bargeld, Geld und Aktien, wohl eher weniger, aber dass diese Dinge auch eben als Statement dafür stehen, um eben die persönliche, freiheitliche, finanzielle Integrität der Hinsicht bewahren zu können. Weil, wie gesagt, ich meine, na klar, kaufe ich mir nicht jetzt für 10.000 Euro irgendwelche Unterhosen, ja? Und dann muss ich das melden, sodass jeder weiß, wie viele Unterhosen ich mir gekauft habe letzten Endes. Das ist schon klar, ja? Aber das geht auch einfach, indem ich einfach nur die Karte benutze und dann 25 Euro für eine Unterhose zahle. Auch dann wäre es rein theoretischerweise nachvollziehbar. Und ist es dann nicht, gerade vor diesem Hinterblick oder Hintergrund, ja, sinnvoller, sich zu überlegen, auch mal mit Bargeld zu bezahlen, ja? Also, das möchte ich gerne mal zur Diskussion stellen, weil ich finde, das ist ein absoluter Knaller, dass man jetzt so tut, nur weil Finanz-YouTuber auf Zustände hinweisen, zu sagen, ach nee, diese vermeintlichen Experten, ne, die von nichts in Ahnung haben, die ja alles nur, die gehören ja alle zu einer Ecke. Da merkst du diesen Tenor. Die gehören alle zu einer Ecke, ja? Und die kannst du alle da in diese eine, ne, in diese eine Ecke darüber stellen. Und das finde ich eine Sauerei. So geht es nicht. Das ist einfach eine Diskreditierung von grundrechtlicher Meinungsfreiheit, ja? Und das, darauf stützen sich auch Finanz-YouTuber. Also insofern, Gold, Silber ist gerade aus diesen Gründen auch wichtig, ja? Kommentiert das gerne. Ich bin gespannt, was ihr zu erzählen habt. Danke für eure Zeit. Kuss geht raus. Fliebel bleibt freundlich zueinander. Ciao mit V. Euer Matze. Ich bin gespannt, was ihr habt.